Wer verliert, der hat eigentlich doppelten Schaden, denn dann ist man wahrlich aus dem Kreis der Verfolger, der Aufstiegskandidaten schon fast ausgeschieden. Aber noch lange kein Grund für Wattenscheids Trainer, sich nervös machen zu lassen, wie Steffen Ohnemüller beobachtet hat. Jupp Tenhagens Selbstbewusstsein ist derzeit wohl nicht zu erschüttern. Die Aufstellung der Ferler besorgte er sich erst Sekunden vor dem Anpfiff. Wer erfolgreich ist, hat Vertrauen in die eigene Stärke. Wattenscheid im traditionellen Sträflingslook, Ferl in Rot und beide zunächst recht verhalten. In der ersten Viertelstunde war gar nichts los, Fußballkenner nennen das vorsichtiges Abtasten, ich nenne es langweilig. Erst in der 16. Minute erster Adrenalinstoß für die Ferler, ein energischer Alleingang von Andreas Teichmann und die Latte als zwölfter Ferler. Teichmann, dessen Einsatz aufgrund von Magen-Darm-Problemen lange fraglich war. Und siehe da, plötzlich war auch der SC Ferl wach. Marco Gebhardt, sein Rückpass in die Mitte, dort verpassen zu Rasky und Raschke und auch Frank Parotta hat das Toreschießen nicht erfunden. Die Partie jetzt munterer und Wattenscheid wieder am Zug. Flanke süß auf den heranstürmenden Mirko Stark. Das 1 zu 0 für die Hausherren, gespielt exakt eine halbe Stunde. Mirko Stark mit Riesenanlauf und der Durchschlagskraft einer Abrissbirne. Das war's auch schon aus Halbzeit 1. Die Pause, 15 Minuten Zeit für Ferler Träume. Was die Wattenscheider in der Kabine getan, gegessen oder getrunken haben, darüber kann man nur spekulieren. Tatsache ist, dass es gewirkt hat. 0-9er, wie aufgedreht. Stefan Majek, Andreas Ortkemper im Ferler Tor plötzlich unter starkem Beschuss. 60 Sekunden später, Frank Süß, Majek, Sergej Diktijar und wieder Frank Süß, Ortkemper mit Fußabwehr. Der SC Verl nur noch ganz selten gefährlich in der Wattenscheider Hälfte. Wenn dann meist über den schnellen Markus Zurasky. Mehr hatte der noch Tabellenzweite nicht zu bieten. Auf der Gegenseite begann nun die Zeit des Sergio Aljevi. Zunächst Sergej Diktijar bedient Aljevi. Was für eine Gelegenheit, aber auch glänzend gehalten von Ortkemper. Wenn Sie jetzt denken, den musste er eigentlich reinmachen, dann warten Sie mal ab. 30 Sekunden später wieder Aljevi. Der Betrachter staunt und schweigt. Dem Ferler Libero Stefan Ritz schlug dieses Chaos in seiner Hintermannschaft wohl gehörig aufs Gemüt. Anders ist diese Attacke gegen Sergej Diktijar nicht zu erklären. Mit beiden gestreckten Beinen springt er dem Wattenscheider Stürmer von hinten in die Hacken. Schiedsrichter Kurholt machte das einzig Richtige. Runter mit Ritz. Der Verlust des letzten Mannes machte das Abwehrchaos bei Ferl komplett. Und Wattenscheid nutzte das ab jetzt schamlos aus. Wieder Sergio Aljevi auf und davon. Aljevi und das Tor, das kennen sie. Und Gott sei Dank spielt er ab. Stefan Majek im Gegensatz zu Aljevi. Kaltschnäuzig vor dem Tor. Die 70. Minute. Wattenscheid führte 2 zu 0. Und das Festival der Großchancen. Es ging weiter. Freistoß. Frank Süß. Nachschuss. Sergej Diktijar. Ans Außennetz. Gleich zweimal die Möglichkeit zum 3 zu 0. Beim SC Ferl brachen nun langsam alle Dämme nach vorne. Ging in Unterzahl gar nichts mehr. Und hinten zeigte die Abwehr Auflösungserscheinungen. Olafscock. Der Kapitän. Das 3 zu 0. Das Tore schießen wurde ihnen jetzt aber auch wirklich leicht gemacht. Wattenscheid war nun nicht mehr zu bremsen. Die Tenhagen 11 plötzlich wie im Rausch. Zufriedenheit beim Trainer und beim Boss Klaus Steilmann. Zwei Minuten nach dem 3 zu 0. Werner Kempkens. Der hat viel Platz. Sieht den eingewechselten Mario Plechati. Der im Doppelpass. Wieder Plechati. Ein Angriff aus dem Fußballlehrbuch. Resultat 4 zu 0. Spätestens jetzt war klar, hoch würde Ferl diese Partie nicht mehr gewinnen. Im Gegenteil. Die Gastgeber hatten immer noch nicht genug. Zehn Minuten vor Schluss. In der Mitte der überragende Frank Süß. Erster Versuch. Werner Kempkens steht richtig. Doch der durfte sich feiern lassen. Das 5 zu 0. Der Schlusspunkt unter eine von Wattenscheid hochklassig geführte zweite Halbzeit. In dieser Form darf man sich jetzt schon freuen auf das Gipfeltreffen in Oberhausen nächste Woche. Während sich die Ferler Zweitligaträume schon heute erledigt haben dürften. Und noch eins bleibt festzuhalten. Jupp Tenhagens Selbstbewusstsein ist wohl nicht zu erschüttern. Vielleicht verzichtet er bald ganz auf die Aufstellung des Gegners.